Hey Leute, in diesem Video erfährst du einmal, wie du eigentlich solche Kabel hier im Hintergrund mit einem Kabelkanal locker verstecken kannst, dass das Ganze einfach nicht so hässlich wie hier im Hintergrund ausschaut. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir die richtige Kabelkanalgröße festlegen. Hier gilt auf jeden Fall, lieber eine Nummer größer nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel drei Kabeln, aber es kann ja immer sein, dass vielleicht noch irgendwelche Lautsprecherkabel im Nachhinein hier reingelegt werden müssen. Danach messen wir hier einmal die benötigte Länge mit einem Meter Stab. Hier auch wieder lieber etwas zu lang lassen. Bei mir sind das jetzt gute 40 Zentimeter. Ich zeichne mir also mal in etwa 42 Zentimeter auf. Danach mache ich noch einen geraden Strich, dass ich das Ganze auch mit der Säge gerade abschneiden kann. Und dann säge ich einmal. Wenn du so etwas noch nicht so oft gemacht hast, am besten einfach mal in dein Schraubstock einspannen. Dann kannst du das alles schön absägen. Bei mir geht das jetzt so auch relativ gut. Und jetzt schneide ich das Ganze einfach einmal ab. Wenn das Ganze jetzt einigermaßen gerade abgeschnitten ist, empfehle ich dir noch, ein Cuttermesser einmal zur Hand zu nehmen, was natürlich scharf ist. Und dann das Ganze einfach mal noch ein bisschen zu entgraten. Das hat jetzt nicht den Sinn, dass man sich nicht mehr schneiden kann bei dem Plastik, bei dem Kunststoff hier. Sondern einfach, dass es optisch nochmal etwas schöner ausschaut. Nun haben wir noch zwei Varianten. Entweder wir schrauben das Ganze hier durch die Löcher einmal an unsere Wand, beziehungsweise an unsere Decke immer an. Oder wir benutzen einfach doppelseitiges Klebeband. Ich, bei diesem kurzen Stück, verwende jetzt doppelseitiges Klebeband, da das Ganze wirklich kein Gewicht daran muss und ich dafür nicht extra in meine Wand bohren möchte. Aber wenn du zum Beispiel längere Strecken hast oder vor allem auch an der Decke oben, wo etwas Gewicht auf diesem Teil dann oben liegt, empfehle ich dir auf jeden Fall zu bohren. Denn das ist nochmal sicherer. Egal, welche Methode du jetzt verwendest, benutze unbedingt einmal eine Wasserwaage, um deinen Kabelkanal schön waagrecht, beziehungsweise senkrecht auszurichten. Zunächst einmal reinige ich hier die Rückseite von meinem Kabelkanal. Hierfür verwende ich jetzt speziellen Industriereiniger, mit dem du das Ganze auf jeden Fall staub- und fettfrei bekommst. Doch du kannst auch normale Spülmittel hernehmen. Ich sprühe hier also etwas drauf und danach einfach mit einem Küchentuch oder was weiß ich, das Ganze einmal etwas sauber machen. Sogar das Etikett hier hinten verfärbt sich jetzt schön. Und das sollte dann normalerweise auch schon reichen. Das doppelseitiges Klebeband noch dementsprechend kürzen, was jetzt auch schon geschehen ist. Und jetzt können wir das Ganze schon mal schön senkrecht bei uns hinhalten. Das Ganze ist genau mittig unter meinem Fernseher und jetzt auch schön senkrecht. Und jetzt mache ich noch zwei so ganz kleine Striche. Einmal hier oben hin, einmal hier unten hin. Und somit kann ich das Ganze schon wieder entfernen. Nun die Schutzschicht von meinem doppelseitigen Klebeband runternehmen. Und dank unseren zwei kleinen Strichen können wir das Ganze jetzt auch hinkleben und wissen, dass es senkrecht ist. Jetzt in der Mitte noch etwas drüber streifen, dass das Ganze auch klebt und schon hält die ganze Sache. Dann deine Kabel einfach mal hier in den Kabelkanal reingeben. Das hält normalerweise von alleine. Und jetzt natürlich noch den Deckel drauf, dass das Ganze auch optisch wirklich was hermacht. Somit haben wir unsere Kabel auch schon verstaut. Wie du sehen kannst, die Kabel sind verschwunden. Das Ganze ist im Kabelkanal verlegt. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch eine andere Wandfarbe hast als weiß, dann kannst du diesen Kabelkanal natürlich auch noch überstreichen. Das ist auch kein Problem. So ein Kabelkanal hier kann ich wirklich nur jeden Hausrat ans Herz legen. Egal ob jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel bei deinem Fernseher die Kabel, bei deinem Schreibtisch oder vielleicht auch wenn du irgendwo eine Steckdose neu verlegen möchtest. So ein Kabelkanal ist wirklich ideal dafür geeignet, um Kabel zu Hause zu verstecken. Wenn du dir so einen Kabelkanal hier oder vielleicht sogar so einen Industriereiniger für zu Hause zulegen möchtest, dann empfehle ich dir halt für Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geschickt und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diesen Kabelkanal oder einen Industriereiniger zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.